Das war's. Das war's. Das war meine Performance heute. Keine Tröte, aber dafür ein anderes Instrument. Welches Instrument ist es? Das heißt Das ist Türin. Türin, genau. Ich habe das fünf Jahre lang in der Bank gespielt. Nice. So alle spielen so und du immer so hieß der geflüchtete Sohn. Die Band. Achso. Der geflüchtete Sohn. Ja, krass. Führt mich auch zu meiner Überleitung unseres heutigen Podcasts, denn heute beantworten wir nämlich eure Fragen. Und wie immer, Aria, wenn du anfängst, vergisst du komplett alles zu begrüßen. Nein. Okay, dann. Und wie immer, holst du dann diesen Teil nach. Genau. Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Und mein Name ist Aria Lee. Oh, schöne Stimme. Dankeschön. Meine Stimme ist eher hoch. Deine ist eher erotisch. Sagst du sie jedes Mal. Ich kann, ey, aber warte. Meine Synchro-Stimme. Ich habe sie perfektioniert. Meine Anime-Synchro-Stimme. Bist du bereit? Ladies and Gentlemen. Aber ich finde, deine tiefe Stimme, es hat auch was. Aber es ist nur so im Boxring, weißt du? Achso. Du kannst ausschließlich Rollen im Boxring annehmen. Ich bin der beste Schauspieler, den sie suchen, aber nur, wenn es um eine Rolle in einem Boxring geht. Ah, okay. Dann schreiben wir unseren Film eben kurz um. The Boxring. The guy in the Boxring. Egal. Okay. Ja, warte. Ja, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay. Ja, doch, doch, doch. Der ist schon. Das ist so, das ist so 14 Uhr Programm. Ja. Weißt du? So 14 Uhr RTL 2. Ziemlich cool, oder was? Oder was? Hey, warte mal. Wir wollten doch eigentlich so Fragen beantworten. Stimmt. Okay, Leute. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir einmal einfach ein Q&A machen. Für die, die sich fragen, was das ist. Das sind zwei Buchstaben. Steht für? Steht für quasi und also. Also. Quasi und also. Und für die heutige quasi und also habt ihr uns ganz viele Quasis gestellt und wir geben euch jetzt die Alsos. Ja. Also. Nee, das ist noch nicht die Also. Gehen wir einfach mal durch. moneymike unterstrich vault fragt uns. Ich dachte, das wäre die Frage. Nein, nein. Du bist so hochgegangen mit der Stimme. Schlaft ihr auf dem Rücken Bauch oder Seite? Ähm. Nie Bauch. Nie Bauch. Nee. Was meinst du mit nie Bauch? Das klang. Als hättest du irgendwelche schlechten Erfahrungen damit. Das stimmt nicht mal. Ich schlafe diese einen. Ich schlafe aber am seltensten Bauch. Meistens Rücken oder Seite. Wow. Okay. Echt? Du kannst Rücken? Ja. Du bist ausschließlich Bauch. Ich habe ausschließlich Bauch. Manchmal verirre ich mich auf die Seite. Seite, ja. Aber Rücken machst du nicht, ne? Aber das Ding ist, Rücken ist tatsächlich besser. Also zumindest, wenn ich einem scheinbar sehr vertrauenswürdigen Physiotherapeuten Glauben schenken darf. Also der meinte, dass man am besten auf dem Rücken liegt ohne Kissen. Benutzt du auch kein Kissen? Natürlich benutze ich ein Kissen. Was? Na, weil das Ding ist, wenn du halt so liegst und dann auch kein Kissen benutzt und auf dem Rücken liegst, dann ist deine Wirbelsäule und dein Körper generell gerade. Dann lebt man länger, habe ich gehört. Dann lebst du nicht. Aber nee, dein Körper ist halt gerade. Wohingegen, wenn du auf dem Bauch oder am schlimmsten, meinte er sogar, auf der Seite. Das ist am schlimmsten? Ja, also auf der Seite und dann so einklappen, so Fötus-Style, weißt du? Das ist mein Go-To. Also nee, Rücken ist mein Go-To, aber meistens ende ich dann irgendwie in der Fötus-Style. Ja, aber auf jeden Fall, wenn du halt so liegst, verkürzt du halt immer eine Seite. Ich dachte, du musst sagen, verkürzt du dein Leben. Du verkürzt eine Seite. Ja. Also weil, wenn du dich ja so klappst, dehnst du ja die eine Seite. Weil du, du, also du biegst dich ja mehr als gerade, wenn es Sinn ergibt, was ich meine, so. Wie lasst du uns einfach dabei? Alles, was gebogen ist, ist mehr als gerade. Alles, was gebogen ist, ist mehr als gerade. Kannst du gerade gebogen liegen? Nee, eigentlich, wenn du gebogen bist, bist du ja noch nicht mal gerade. Es sei denn, du warst schon über gerade hinaus, dann bist du über gerade gebogen. Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet, oder? Okay. Na gut. Jedenfalls, ich tue es nicht, aber versuche es auf dem Rücken zu schlafen, Leute. Und kissen. So. Wann kommen neue Videos? Auf eurem Hauptchannel. Okay. Okay. Also die kurze Antwort ist, wissen wir noch nicht genau. Und die lange Antwort ist, in naher Zukunft. Früher, als ihr denkt und weiter weg, als ihr glaubt. Okay. Mohammed Gürken 04 fragt, schlimmste Entscheidung in eurem Leben? Schlimmste Entscheidung in meinem Leben? Ich habe auf diese Frage nie eine Antwort, weil, so, jetzt wird es philosophisch, Leute. Haltet euch fest. Solange das Leben noch nicht vorbei ist, kann man nicht wissen. Nee. Ja, aber das, okay. Aber, nee, warte, solange ich jetzt nicht irgendwie einen Arm verloren habe, oder so, oder einen Freund, oder Familienmitglied, oder? Ein Arm oder Freund. Oder? Beides. Oder beides. Ja. Solange ich nicht aus Versehen jemanden umgebracht habe, oder für den Verlust eines Armes gesorgt habe. Armes gesorgt habe. Slash Freund. So, gibt es eigentlich nichts, was ich voll entscheide, äh, okay, ohne nächste Frage. Okay. Äh, nee, aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, was ich meine? So, es gibt nichts, was du entscheidest. Ich entscheide halt nichts. Nee, äh, es gibt nichts, was du bereust. Also, es gibt nichts, was du bereust? Gar nichts. Aber so heftig, dass ich sage, so, oh, scheiße, Mann, hätte ich das lieber nicht gemacht. Es gibt so Kleinigkeiten, so wie so, ah, hättest du mal das nicht gesagt, so, hättest du das nicht geschrieben, so, wärst du ein bisschen früher dahin gekommen. Na, es gibt schon, so, weißt du? Ich habe eine Entscheidung, die ich ein bisschen bereue. Ja? Ja. Was? Ich war bei einem Logic-Konzert, das ist einer meiner Lieblingsrapper. Ja. Und er hat gesehen, wie Pat und ich, so vor der ersten Reihe abgegangen sind und er fand es so krass, dass er gesagt hat, kommt Backstage. Und er hat einfach so, einfach nach der Show, ist einer von seinen Leuten zu uns gekommen und meinte, ey, Logic hat euch gesehen, kommt mal Backstage, ihr, ähm, ja. Er hat euch voll gefeiert. Und das war übrigens auch vor YouTube und diesen ganzen Sachen so, das war jetzt nicht deswegen, nicht, dass das passiert, aber, aber, genau, und dann waren wir einfach Backstage, haben ihn getroffen, war mega cool, das bereue ich übrigens nicht, aber dann war es so, dass ich die ganze Zeit dachte, ich will ihm was vorrappen und so, vielleicht findet er es cool und dann gibt er mir Feedback oder so. Und, äh, ich hab mich nicht getraut und dann hab ich es nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Okay, ja, das, das würde ich auch bereuen. Ja. Aber, still, würdest du sagen, das ist die schlimmste Entscheidung deines Lebens? Möglicherweise. Stell dir mal vor, er hätte gesagt, okay, du bist, du bist der Krasseste, weißt du was? Okay, dann. Ab jetzt machst du weiter. Ab jetzt machst du weiter. Okay, das ist ja ein bisschen komisch. Okay, ähm, das ist eine bisschen komische Frage. Nico Biber 0666 fragt, wie oft geht ihr circa im Jahr ins Kino? Rechnest du so aufs Jahr runter, wie oft du ins Kino gehst? Hm, ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, irgendwo zwischen ein und viermal im Monat. Mhm. Also, eigentlich einmal im Monat, eigentlich immer. Ja. Und so, meistens so einmal die Woche, wenn, also das ist das Höchste, glaube ich. Ich glaube, für Promieren waren wir auch schon mal mehrmals die Woche. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nie so. Einfach, nicht einfach so. Also, ich hatte zum Beispiel mal Gutscheine, dann bin ich so zwei, drei Tage hintereinander ins Kino gegangen. Ah, okay, ja. Aber ja, nicht einfach so. Heute ins Kino? Morgen Kino? Morgen Kino, morgen ins Kino? Ja, selten. Ja, bei mir ist es eigentlich recht ähnlich. In letzter Zeit gehe ich so ein bisschen weniger ins Kino. Einfach, weil wir gerade beide auch sehr viel an den großen Projekten arbeiten. Ja. Und nicht abgelenkt werden sein wollen. Aber ich bin früher halt zum Beispiel einmal die Woche in die Sneak gegangen. Und dann ab und zu halt noch die Filme, die ich gucken wollte. Mhm. Aber man guckt ja viel auch zu Hause. Genau. Also, wir gucken auf jeden Fall mehr Filme als die, für die wir ins Kino gehen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Unicorn Cat unterstrich Artworks fragt, seid ihr eher nur auf Rap und Hip-Hop? Oder mögt ihr vielleicht auch Jazz, Swing und Co.? Jazz, Swing und Co.? Also, ich bin auf jeden Fall nicht so sehr in der Materie wie bei Rap oder bei Hip-Hop. Ich glaube, ich kenne mich nicht mal mit den verschiedenen Genres aus oder sowas. Also, ich weiß ja, es gibt Cool Jazz und dann gibt's... Das war's. Weiß ich gar nicht. Art Jazz. Das heißt, ihr merkt schon, ich kenne mich jetzt nicht voll aus damit, aber... Ist halt geil. Ich find's mega. Ich bin auch oft der, der, wenn das im Radio läuft zum Beispiel, es gibt auch diesen einen Channel, diesen Radiosender. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt gerade. Radio Jazz. Jazz Radio heißt der vielleicht einfach nur. Genau. Immer wenn wir da durchgehen, sag ich immer, ey, lass mal. Und dann hören wir uns das immer an. Ja, also, ich find halt, bei mir ist das recht ähnlich. Ich hab nicht viel Ahnung von der Materie. Ich find aber die Musik auf jeden Fall cool. Hip-Hop hat ja auch irgendwo seinen Ursprung, auch teilweise in Jazz und Soul und so weiter. Von daher, so, allein auch schon aus dem Aspekt, find ich das cool. Aber ja, Jazz, Jazz ist halt eine sehr, sehr emotionale, oder kann sehr, sehr krass emotional, also emotional stark sein. Ich hab auch neulich irgendwas, in irgendeiner Doku, das ist ein bisschen was dann über Jazz gehört gehabt, wie jemand erzählt hat, dass zu einer Zeit, also, früher, waren die ja so sehr strikt mit der Musik. Also, du warst ja sehr begrenzt in dem, was du sagen durftest und so. Also, man muss sich ja mal vorstellen, Zeiten, wo, als Elvis Presley kam und einfach nur seine Hips ein bisschen bewegt hat, Leute getrippt. Ja. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Ja. Oh Mann, die werden, wenn die Instagram sehen würden, die werden getrippt. Die werden getrippt, yo. Und jemand hat erzählt, so, yo, die waren richtig limitiert in dem, was sie sagen. Also, mussten sie in einer Welt, wo sie so viel Oppression, also so viel Unterdrückung und Struggles und hier und dies und das hatten und es alles nicht wirklich ausdrücken durften, mussten sie diese Gefühle in ihr Jazz teilweise halt. Und diese Gefühle, diese sehr starken Gefühle teilweise und Schmerz und sowas da reinzupacken, das ist schon sehr cool. Cool Jazz? Cool Jazz. Ach, das ist die Bedeutung von Cool Jazz. Die Lady fragt... Welche? Unterstrich, unterstrich, j.r.s. Unterstrich, unterstrich. Ich weiß nicht, wie viele Unterstriche das sind. Okay. Das ist immer dieses Problem. Ja, ich weiß. Lieblingsort in Berlin. Außer meine Wohnung? Deine Wohnung? Okay, also seine und meine Wohnung. Ich bin wirklich gern bei dir. Das ist cool doch. Du bist auch sehr herzlich willkommen. Danke dir. Danke. Du auch hier. Danke. Kein Problem. Ich bin auch sehr gern bei dir. Also, versuchst du noch eine Antwort zu geben? Achso, nee, ich bin fertig. Achso, ich werde auf deine. Ich liebe den Kuda, muss ich sagen. Okay. Ich mag den Kuda, ich mag Zoo. Vor allem im Sommer. Im Sommer mag ich auch so in der Nähe von Hakischer Markt und so. Das wollte ich gerade sagen. Im Sommer ist Hakischer Markt sehr cool. Sehr geil, ne? Das ist viel Leben. Ja, also so nicht jetzt ausschließlich der Hakischer Markt, sondern halt diese Gegend. Auch umherum, genau. Und so Montbijou Park und hast du nicht gesehen. Ja, so das sind mitunter Lieblingsorte. Bei Neukölln 44 hat er mich groß geworden. Neukölln 44. Wollte ich nochmal so ein Bescheid geben. Dankeschön. Ja, Serious mit A. Okay. Punkt Lie. Fragt, wie wart ihr so drauf als 14-Jährige? Ich war nie 14-Jährige. Ich war 14-Jähriger. Ich glaube, das war Mehrzahl und dadurch geht's. Wie wart ihr als 14-Jährige? Ah. I'm sorry. Serious. Lie. Cringe. Ja. Also so, wenn ich so Kids sehe, vor allem wenn ich so Schauspieler sehe, weißt du, so Stranger Things. Ja. Und dann so richtig coole Kids. Ich so, yo, ich war nicht so cool, Mann. Warum sind die so cool mit so Jungen? Ja, ich weiß, was du meinst. So, wie cool sind die dann später? Damit kann man doch gar nicht competen. So, so in der Scheiß. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich hatte mit 14, äh, hatte ich einen YouTube-Channel. Ja, super cool. Ich hab ja schon YouTube gemacht damals. Cool, cool, Mann. Ja, Mann. Ich nicht. Nee. Nee. Aber die Videos waren auch sehr cringe, von daher, alles gut. Die hab ich übrigens nie gesehen, musst du mir mal zeigen. Echt nicht? Nee. Ich hab dir schon, oh, warte mal, ich hatte auch schon recht früh einen YouTube-Kanal. Aber nicht mit 14, nee, nee, ich hatte viel, viel später. Ich hatte so mit 17, 18 mit deiner Arnie Präsentation. Genau. Damals hat's angefangen mit der Arnie. Ich glaub, das hab ich gesehen. Ja. Und ja, deswegen wollte ich ja grad sagen. Ich hab dir meine weirden Sachen gezeigt. Ah. Du mir nicht. Ich hab dir auch so ein paar andere. Ich hab dir auch so ein paar andere Clips gezeigt, so mit so, der Gast ja noch so irgendwie so ein paar Fights und Verfolgungsjagd und so, aber ganz komische. Du warst so stolz auf deine Videos früher. Ja, Mann. Du warst da, shit. Ich fand sie auch cool, muss ich zugeben. The official Niklas Schlage. Niklas Schlage. Oder Niklas Schlage einfach. Oder Niklas Schlage. Warum machst du das immer so kompliziert? Ja, weil, okay. Niklas, Niklas, Niklas. Niklasen. Sorry, Niklas. Entschuldigung. Schlagsahne oder Schlagsahne? Natürlich Schlagsahne. Was? Schlagsahne oder Schlagsahne? Willst du ein Schlag? Von mir? Du hast Family Guy nie auf Deutsch geguckt? Doch. Hochwip ist es, ja. Genau. Schlag. Das ist eigentlich sogar eine wissige Übersetzung. Sagt es irgendjemand in echt? Schlagsahne? Ja. Nee, aber Vic sagt immer Zuchtel. Zu? Zucchini. Er ist der festen Überzeugung, dass es Zuchtel heißt. Er ist auch so eine Zuchtel. Ich weiß, sag ich auch. Er ist die Zuchtel. Okay. Ja, lange, lange, lange Streitereien. Okay. Oder wir hören jetzt in den Kommentaren. Er ist ja die Dumme. Das heißt Zuchtel, nicht Zucchini. Habt ihr euch eigentlich schon kennengelernt? Das war's? Nein. Also, ich hab falsch gelesen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Habt ihr uns eigentlich schon kennengelernt? Ich weiß nicht. Wenn ja, wann? Ja, mich hat auch einmal ein Girl gefragt. Das war der legendärste Satz. Warst du auch auf der Party, auf der wir uns kennengelernt haben? What do you mean? So, nee, du würdest noch so weiterfragen, welche war das nochmal? Dann erklärst du so, ah, ich glaub, dann wäre ich nicht dabei. Aber das Ding ist, ja, normalerweise ja, aber wenn du diese Frage gestellt bekommst, darauf bist du nicht vorbereitet. Ja, ich weiß. Du bist so perplex, dass was wirklich passiert ist. Hier ist eine Frage nur für Jay. Nice. Serious.ly schon wieder. Die gleiche Versuchung. Ja. Für Jay. Pizza oder Döner? Ich glaub, Pizza tatsächlich. Das heißt nicht, dass ich Döner nicht mag. Döner ist übertrieben nice. Ich glaub, Döner wird jetzt nicht sauer sein. Nee. Aber ich glaub, Pizza kann ich theoretisch eine ganze Woche jeden Tag essen. Also ist auch nicht so geil, aber könnte ich. Döner ist, glaub ich, so nach dem dritten Tag wäre ich so, ja, vierten Tag wäre ich so, ja, vielleicht mal was anderes zwischendurch. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Warum nur ich? Weiß ich nicht. Mich interessiert brennend, was Jay davon hält. Aria, halt die Klappe. Dich schnauze. Ah, vielleicht, weil sie weiß, dass ich vegan bin. Ah, gibt auch vegan Döner und vegan Pizza. Ja, das stimmt. Deswegen fühl ich mich ein bisschen diskriminiert. Nein, ich weiß. Ich hab sogar neulich, nicht allzu neulich, aber auch nicht weit weg, veganen Döner gegessen in Berlin. Da war ziemlich lecker sogar. Ja? Ja, ich hab da eigentlich nix vermisst. Also es hat wie ein echter Döner geschmeckt. El Suri oder Ale So Oti fragt, Was haltet ihr von Julian Bam Ende? So, ist das seine letzte Frage oder was? Was haltet ihr von Julian Bam Ende? So, danach dürfen wir nicht mehr reden oder was meint ihr? Weiß ich nicht. Also ich feier Julian Bam. Ich mag ihn voll. Ist ein cooler Typ. Aber ich verstehe. Ich verstehe. Was haltet ihr von Julian Bam Ende? Ach so, warte jetzt, ohne Witz, weil er doch aufgeregt ist im Kanal. Okay, vom Julian Bam Ende. Ah. Sagt er das so? Was haltet ihr vom Julian Bam Ende? Ja doch. Ja, also was ich davon halte, ist auf jeden Fall schade. Ja. Dass er, also ich meine, er ist ja nicht komplett weg, aber kommt absolut zu 100% verständlich. Ja. Zu 100%. Ich war so, als er das gemacht hat, ich konnte es direkt fühlen. Wir waren vor, schon vor einem Jahr oder, oder weiß ich nicht, oder noch länger, vor zwei Jahren oder weiß ich, hatten wir, da hatte ich auch schon das Gefühl so, krass Mann, der arbeitet nur noch. Und so, ich habe das auch aus eigener Erfahrung lernen müssen, dass man, also ich bin auch so mehr oder weniger an der Arbeit so kaputt gegangen quasi und musste mir auch so eine Auszeit kurz nehmen. Und der hat ja auch genauso reingehauen oder teilweise noch mehr, deswegen. Also, wir haben ja Ju immer wieder immer nur so alle paar Monate gesehen und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, sah er müde aus. Ja. Jedes Mal, wenn wir bei ihm waren, war er so, war er noch müder. Und dann so, wenn wir mal so gechillt haben bis zwei, drei Uhr, dann hat er so danach nochmal so angefangen zu schneiden. Ich so, Digga, das wirst, ich habe ihm aber auch echt oft gesagt, Digga, step back. Ja. Das wirst du nicht ewig durchhalten. So wirst du das so, du machst dich nur kaputt. Ja, man muss echt vorsichtig sein mit krasser Motivation. So, weil manchmal nimmt man sich dann einfach Sachen vor, die man zwar schafft, das aber nicht gesund ist. Oder vor allem, du halt nicht damit glücklich bist. Also, wenn du so lebst, dass dein Leben von vorne bis hinten auf die Minute genau immer getaktet ist und du trotzdem voll viel das einfach nicht schaffst, das ist halt einfach ein unnormaler Druck dauerhaft. Und wir haben ja auch immer wieder mal sowas, aber wir haben es immer wieder halt mal und nicht durchgängig. So, und ich finde auf jeden Fall, es ist schade, aber eine kluge Entscheidung von ihm gewesen, das zu machen. Ja, ich denke auch, also der Kanal existiert ja auch noch. Ich weiß nicht, ob er vorhat, den jemals wieder aufleben zu lassen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Das ist jetzt nur meine Meinung, ich habe nicht mit ihm geredet. Ich weiß nicht, was er planet. Aber dementsprechend, und er ist ja jetzt, er ist ja trotzdem noch auf seinem 2-Channel aktiv und streamt jetzt, glaube ich, auch. Deswegen, also man wird, glaube ich, sehr viel von ihm immer noch sehen. Und der wird bestimmt immer noch mega... Ist ja auch ein kreativer Kopf. Und ich glaube, ich glaube, also als kreativer Kopf, dass früher oder später quälen dich irgendwann deine kreativen Einfälle und dann willst du irgendwas damit machen. Das ist so. Ja, ich weiß. Okay, ich würde sagen, noch drei Fragen. Äh, okay. Wirklich? Ich hätte kurz eine Zukunftsvision. Okay. Die dritte Frage würde ich umhauen. Äh, wow. Okay, Selina16.7 fragt, wie alt seid ihr beide denn jetzt? Alt genug. Alt genug, ja. Baran unterstrich 437 fragt, was haltet ihr von dem Coronavirus? Ich glaube so, es liegt nicht an uns. Also erste Entscheidung, wie wir den Virus finden. Also doch, wir können sagen, wie wir ihn finden, aber es wird jetzt nichts ändern. Attraktiv. Eine Frage, die ich mich halt direkt stelle, ist, in welcher Kombination hat die Firma Corona damit was zu tun? Nee, aber jetzt, aber ohne Witz, glaubst du dir... Alle sind so im Feiern, wo wir das so trinken, so, wow, der Coronavirus. Also Corona ist ein Bier für, oder ist das auch ein Bier? Ja, ist ein Bier. Glaubst du, deren Aktie fällt gerade, oder sinkt? Ach so, meinst du, was hat das für einen Effekt auf dich? Ich meine, fällt oder steigt. Fällt oder sinkt. Nee, aber meinst du, deren Aktie wird davon gerade beeinflusst? Weil ich meine, ist schon Free-Marketing so ein bisschen, oder? Ja, aber so, wie sollten unsere China-Reise absagen? Das ist zu gefährlich. Ich habe aber Lust auf ein Corona. Ey, ohne Witz, also das Ding ist, das ist nicht das erste Mal, dass ich gehört habe, dass jemand gesagt hat, Coronavirus, und der andere dann so meinte, so wie das Bier? Nein, nein, nein. Ach. Aber so, wird also voll oft irgendwie in Verbindung damit. Ja, aber du musst halt dann trotzdem danach, so wie das Bier, nee. Ah. Willst du ein Bier? Ich weiß, also ich will doch nur wissen, glaubst du, es wird negativ oder positiv? Ich glaube, wenn dann eher negativ. Okay. Also, weil... Eigentlich voll Kacke für die. Oder es gleicht sich aus, so weil ein paar Leute... Reden drüber. Ja. So, weil bekomme ich jetzt gerade Bock auf ein Corona-Bier? Nee. Ich trinke generell kein Bier. Ich kann es nicht. Aber wenn es so ein Virus geben würde, der so Butterfinger-Virus heißen würde, oder so Schokomilch-Virus... Butterfinger und Corona ist schon so... Das eine hört sich schon fast wie eine... Corona könnte auch eine Krankheit sein, wenn du es nicht so Española sprichst, you know? Okay, dann Coca-Virus. Nein, nein, ich habe ja keinen Bock auf Coca. Aber Cola-Virus. Pepsi-Virus. Hört sich... Corona. Ja, ich weiß, dass es sich mehr anhört, aber ich reage jetzt einfach nur. Es gibt ein Pepsi-Virus. Ist das nicht Werbung für Pepsi? Das wäre Werbung für Pepsi. Ja, oder? Aber Corona-Virus hört sich halt so... Mehr nach so Virus an, weißt du? Pepsi-Virus wäre eher so, alle trinken Pepsi. Also wenn du irgendjemandem was von einem Pepsi-Virus erzählst, wird er erstmal denken, dass alle Pepsi gerade trinken. Aber bei Corona-Virus dachte ich auch erst, dass du was mit dem Bier zu tun hast. Aber nur du. Alle andere sind in Massenpanik ausgerechnet. Ja, als ich dann wusste, was es ist, bist du auch in Massenpanik. Genau. Nice. Oftmals ist es einfach Panik. Panikmache. Also ich weiß nicht, ob ihr euch damals an die Schweinegrippe und an die Vogelgrippe erinnern könnt. So viele Leute haben so getan, als wäre das das Ende der Welt. Also wirklich. Ja, damals. So, oh, das ist vorbei. Das ist vorbei. Jeder wird jetzt Schweinegrippe und Hühnergrippe und danach kriegst du es nie wieder weg. Ja. So und so nach, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten hat niemand mehr darüber geredet. Voll. Also ich will es jetzt auch nicht so, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es so voll unbedeutend ist oder sowas. Ja, es sterben ja trotzdem tatsächlich Menschen. Ja, ja, genau. Und es kann ja auch gut sein, dass das noch schlimmer wird in dem Fall. Genau. Okay, aber ich finde, es macht im Moment jetzt nicht viel Sinn, sich so großartig dann hinzustecken. Aber wir haben halt auch vorhin darüber geredet, es sterben halt auch Menschen an normale Grippen. Ja. Also so, ich habe neulich bei MrWissen2go gesehen, da hat er eine Statistik irgendwie aufgezählt, dass, ich will jetzt gerade nichts Falsches wiedergeben, aber ich glaube 2018 oder so, dass da an der Grippewelle irgendwie 100.000 Leute gestorben sind. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute einfach an einer normalen Grippewelle. War es wirklich 100.000, nicht 10.000? Vielleicht auch 10.000. Das ist ein Unterschied, man. Ich habe doch ein Disclaimer gemacht, das ist genau deswegen. Auf jeden Fall, tausende von Menschen sind an der Grippe gestorben. Also ich finde auch schon, eine Person ist voll krass. Wenn eine Person an der Grippe. Weil so Grippe ist so voll normal. Ist so, yo, ich habe Grippe, ich komme heute nicht zur Schule. Ja, oder? Ich habe heute Grippe, ich komme nie wieder zur Schule. Ja, das stimmt. Das ist so, was ist denn das? Ja, das stimmt. So, woran ist er gestorben? Grippe. Wie Grippe? Das ist voll unbegreiflich irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Und Corona ist noch unbegreiflicher. Corona. SS2808F fragt, Lieblings-Kindheits-Cartoon-Serie? Finde ich das eine krasse Frage. Vor allem aber, als was definiert man Kindheit? Die Zeit, in der du ein Kind warst. Mhm, 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 mhm. Gehört Anime zu Cartoon? Nee. Cartoon ist so eher das Amerikanische, so ne? Ich denke mal. Oder halt alles außer Anime. Ja. Uh, scheiße, was gibt's denn überhaupt? Die Kickers waren ja auch Anime, ne? Ja. Eigentlich. Kindheits-Serie aber. Ja, ja. Da kannte ich Rick and Morty noch nicht. Ja, natürlich. Family Guy kannte ich auch noch nicht. Dann Simpsons. Höchstwahrscheinlich. Hast du in deiner Kindheit geguckt? Also, was ist Kindheit? Na, als du Kind warst. Wann bist du, bis wann ist Kind? Das ist 13? Ach so. Vielleicht. Weil dann ist man, ab da ist man, ist man T-Nager. Haha. T-Nager. Ja, dann echt schwierig zu sagen. Also, Scooby-Doo hab ich voll gelebt. Scooby-Doo war nice. Das könnte es vielleicht gewesen sein. Aber alles andere, was ich die ganze Zeit geguckt und gern geguckt hab, war eigentlich Anime, glaub ich. Ja? Also, das war auch die Zeit, da lief doch nur Anime auch in RTL, oder? Ja, aber es gab ja trotzdem auch so Super-RTL und so. Mit so großer Pause oder. Hm, okay. Zähl mal ein paar auf kurz. Boah. Also, große Pause war schon, ist schon echt weit oben. Mhm. So. Dann. Danny Phantom. Ja, Danny Phantom. Typisch Andy. Danny Phantom, Avatar. Avatar war auch nice, Mann. Aber da weiß ich nicht, ob ich da vielleicht schon 13 war oder noch älter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie alt ich zu diesen Zeiten war. Ich kann es sich für einschätzen. Ja, ich auch. Aber, ähm. Avatar war auch nice, ja. Ähm. Eine Serie, die ich übertrieben gefeiert hab, die auch viel zu underrated war, ich bin immer nach Hause gerannt wegen dieser Serie, ist Fillmore. Kennst du die? Das ist so. Stimmt. Das ist so eine Detektivserie, aber spielt in einer Middle School. Es ist eigentlich so eine Cop-Serie. So eine typische Cop-Serie mit so dem Typen, der immer sauer ist und immer die Marke einfordert und so. Die sind dann irgendjemand auf der Spur. Aber es spielt sich alles im Rahmen einer Schule ab. Okay, cool, cool, cool. Also, so ein bisschen so diesen Community-Flare oder diesen auch große Pause-Flare, wo die so ernste Situationen in so nicht ganz so ernste. Okay, okay, cool. Ja, das hab ich voll gerne geguckt. Nice. He-Man war auch nice. He-Man hab ich immer geguckt. He-Man. Der hatte mir zu wenig an irgendwie. War ich noch nicht ready für. Was? Und mit 16 dachtest du dir, hmm, yeah. Nee, ich war nie ready dafür, das mein' ich. Ich hab He-Man nicht so. Ja, ich glaub, als Kind hab ich mir da keine Gedanken dazu gemacht. Ja, man. Aber okay, cool. Das war's. Hat eigentlich Spaß gemacht. Können wir gerne irgendwann mal wiederholen, falls es den Leuten gefällt. Weil, streng genommen, hattest du davon gesagt, noch zwei Fragen und es war dann nur eine. Aber egal. Keep them wanting more. Diese Extra-Frage gibt's dann in der nächsten Extra-Fragen-Folge, weißt du? Okay. Okay. Extra-Fragen-Folge. Extra-Fragen-Folge. Ist eine Folge, die ausschließlich aus Extra-Fragen besteht. Aus Extra-... Nur Fragen? Nein, nur Extra-Fragen. Nur Extra-Fragen. Okay, die nächste Fragen-Folge ist eine Extra-Frage. Also alle Fragen, die extra übrig bleiben. Oder so. Die nächste Folge. Das ist eine Extra-Frage. Das ergibt nicht mein Sinn. Okay, vielleicht... I'm gonna pass the mic to Jay. Danke dir. Alright, okay. Just go on. Leute, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken fürs Einschalten. Abonniert uns außerdem auf Instagram. Verdammt, ich kann die Stimme nicht mehr. Die geht nur für zwei Sätze. Genau. Folgt uns auf Instagram. At Jay Samuels und At Aria Lee. Das war's. Haut euch rein. Peace'n. Und good night. San Francisco. Und jetzt fährt wieder die Kamera weg. und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020